Was, 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 was geht, Leute? Rainbow Six X Ich, Leute. Wie ihr seht, ich bin Gold geworden wieder. Ja, das ist schon schwer gewesen. Nein, Spaß, das war wirklich schwer wieder. Nein, ich wurde diesmal sogar in Silber 1 einge- 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 nach, äh, den 10 Rank-Runden und dann hab ich mir- bin ich auf Gold hochgegangen mit meinen Leuten und das war's wieder. Und, äh, wenn ihr billige Games kaufen wollt, Leute, unten im Link, Leute, wie? Oh, altzlaut, du bist so. Danke. Wer ist der Nächste? Du auch. Wer noch? Pox. Ja, ich spiel mal wieder, Rekri. Ich hab mir von Rockstar Energy Drink holt, da könnt ihr jetzt Destiny Code gibt's da auch, ihr könnt was gewinnen, ich hab für Destiny 2 ihr könnt auch Destiny 2 gewinnen, aber das Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich hab, ähm, emblem irgendetwas für das Spiel gewonnen. Ich besitze das Spiel nicht mal. Wer dieses Code will, soll einfach in die Comments schreiben, ich geb den Code rüber, das ist, was ich nicht habe. So, emblem exklusiver in-game ähm, 4x, 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 blablabla. Ja. Ich hab mir gedacht, lösen wir mal ein Fleisch, Krieg, Destiny 2 hab ich gehofft, aber leider nicht. Biohazard Container. War auch echt geil gewesen, Destiny 2. Also, kauft euch die Rockstar Dosen, Leute. Und, gibt die Code sein. Wenn ihr Glück habt, gebt ihr Destiny 2. Und habt gleich, 1 Euro. Weil Lidl zahlt ihr 1 Euro, und woanders zahlt ihr, was weiß ich. 2 Euro. 2,50. Ja. Also, nach Euro. Also, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Oh, das ist schmodder. Ich weiß nicht, oder was? Hab ich nicht gesehen. Dass da schon einer ist, halt. Äh, das ist... Sollte ich... Uiho, das war auch mal hier. Sonst wäre sie auch schon wieder hier. Boah, komm schon. Da kommt auf einmal Hibana um die Ecke. Geh ihn doch wiederbeleben. Der glaubt noch, kill alle. Wetten, der glaubt den auch noch. Ey. Was hat das denn gehört? Hat sie jetzt der Pschmod gemacht? Nein, 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 ich werde da laufen. Ich werde da laufen. Ich werde da laufen. Oder so. Krass, Kavera. Also, dieses Rockstar-Standard-Zeug ist echt gut, finde ich. Also, ich habe bei diesem Standardzeug bei dieser Couch drauf, also... Ja. Ich weiß nicht, ob du auf diesen anderen Sorten halt auch drauf isst. Hallo. Was geht denn? Äh, wer war er? Bisschen lauter. Nein, mein Headset muss ich lauter machen. Zack. Noch jemand da? Hm. Ich spiele gerade ein Lockermatch und danach können wir zu zweit zocken. Ich spiele gerade alle weg, oder was? Einer ist einkaufen, die anderen weiß ich jetzt nicht. You need to locate the biohazard container. Ne, lol. Okay. Was war das? Äh. Was ist hier los? Ich wollte... Äh, kannst du mal gleich nochmal reden? Ich will dich lauter machen. Du bist leiser. Okay. Hab's das. Hab's das. Habt dich lauter gemacht. Okay. Kiezen! Kiezen! Location of biohazard container unknown. Clear to stage. I'm reloading! Ste natuurlijk. Wir haben hier ein Gerätsmanager. Ja, selber schuld. Nicht mal diesen Killker nicht mehr holen alle. Wir schießen beide drauf, aber er kriegt ihn okay. Er war näher dran als ich. Und mit Back bin ich nicht nicht der beste Grad in Zielen, weil die Waffe auch schon hochzieht hat. Ja. Alles ausgedrückt. Ja, das ist nur so. Hatte die Fresse. Ich hab gestern Rank gespielt, Leute. Ich war Legion. Da kommt Blackbird. Einfach Babb, Hedy. Der ist gestorben direkt. Da hätte ja noch Schild drauf, beziehungsweise hat es mich gewundert direkt. Jo, ja. Also noch zwei Videos kommen noch. Das ist der letzte, also... Das ist nach dem, der jetzt kommt. Zwei kommen noch vor dem. Zweimal Rampo, ich glaub, vielleicht noch... Vielleicht sogar noch ein Overwatch dabei gewesen. Overwatch muss ich auch bald wieder aufnehmen. Also währenddessen ich hier eins aufnehme, kann ich von Overwatch vier Stück aufnehmen. Vielleicht sogar noch drei... Eine Runde dauert da nur... Oh, komm schon! Komm schon! Warum tut das nicht so spät hin, bitte? Der wartet einfach mal bis zum Schluss. Dann mal hier so... Dann in den nächsten semaines. Dann in den nächsten Jahren. Dann in der anderen Jahre. Dann in den nächsten Jahren. Dann in der anderen Jahren. Was ist das? Okay, ich fahm gerade richtig hart, das merke ich. Oh, komm schon. Zwei um jede Ecke, das ist doch mal so'n Hugen, so'n alle. Ich geh rein, da ist einer vor mir und auf einmal ist einer hinter mir noch. So, seid nicht so. Ja, ich hab mit dem aber richtig gefämt, das ist meine erste Runde heute sogar noch, warte dazu. Ich spiele es jetzt. Krass, das ist eh nur locker so, das juckt mich eh nicht. Komm, wir gehen wieder auf unsere alten Kollegen hier zurück. Von Rockstar. Ich erinnere mich an eine Sorte, die war richtig lecker. Die war so grün, kamo, die war richtig geil. Ich hab auch diese Kokos-Kamu probiert, da so. So blau-Kamu war das und das hat mir nicht so gefahren. Das schmeckt gut, weil es Kokos ist. Ja, das hat mir echt nicht gefahren. Aber das Grüne kann ich euch echt empfehlen. Grün, Kamu, so Apfel, irgendetwas war das. Das war nicht sauer, das war einfach perfekt. Diese Standardzeitung kommt auch von Rockstar drin. Das war auch weiter die Grenze. Das erste Ding, Team Kind, mit dem Runningbrook. Nicht absichtlich. Absichtlich. best friend weil ich glaube da wird gleich verstärkt das muss ich schnell aufmachen also es ist push-blue talk bei mir eingestellt leute deswegen ich bin ich bin oh 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 Geh weg, Geh weg ja gleich sag ich den Namen ich heiß eh GDS Keks also ja, wie im Clan ach so ok nehm ich gleich an, warte ja 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 ok W gate gripp da und gehen alle raus Statt zu entschärfen einfach. Hätte Glace sich nicht umgedreht, wäre es mein Glück gewesen. Hoffentlich hat es euch gefallen, Leute. Ich muss die...